Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Ultraschall-3-Screencasts. Heute wollen wir uns anschauen, wie am Ende einer Produktion ein vernünftiges MP3 bei euch herausfällt, was auch schon perfekt mit Metadaten, Episodenbild und Kapitelmarken versehen ist. Das ist ein Feature, was ich in der Keynote zur 3.0 etwas unterverkauft habe, weil nicht komplett klar war, ob wir es technisch hinbekommen, aber hey, es hat geklappt. Was wir hier sehen, ist so ein mittelkomplexes Projekt, das ist so drei Minuten lang, und das möchte ich jetzt einfach mal fertig als MP3 produzieren. Wir können mal ganz kurz reinhören. Hi, Nürnberg, München. Da habe ich doch ein bisschen Zeit, da kann ich nicht auf die Zeröfe. Was fehlt da? War so einfach. Sehr schön. Und für den Export gibt es hier unten ein neues Icon. Es ist also im Bereich Export angesiedelt. Wir erinnern uns, dass hier schreibt die Kapitelmarken in euer Projektverzeichnis. Da kommt ihr auf den Render-Dialog, um die eigentliche Sounddatei herauszuspeichern, die bei euch im Master-Kanal landet, also dort zusammengemischt wird. Der Master wird dort geschrieben. Und hiermit fügt ihr dann in einem nächsten Schritt die notwendigen Metadaten wie Episodenbild und Kapitelmarken und ähnliches hinzu. So, damit ich Kapitelmarken habe, lege ich einfach mal kurz ein paar an. So, das ist Anfang. Und hier haben wir Mitte. Und hier haben wir sowas wie Extro. Ich gebe mir da jetzt mal nicht so besonders viel Mühe. Es geht ja ums Prinzip. Ich lege nochmal eine Edit-Marke irgendwo mit rein. Wenn ich jetzt hier draufgehe, kommt also ein kleiner Ultraschall-Export-Assistent. Und der sagt euch jetzt, was ihr schrittweise zu tun habt. Ihr müsst nicht alle Schritte gehen. Also wenn ihr sagt, okay, ihr wollt keine Bilder in euren Episoden, in euren MP3s drin haben, dann lasst ihr Schritt 4 halt einfach aus. Aber wenn ihr die also alle durchgeht, habt ihr danach also ein perfektes Podcast MP3. Der erste Schritt ist der Export. Der macht ehrlich gesagt nichts anderes, der Button, als genau den Dialog hier unten links auch zu starten. Dort habe ich unter Presets, All Settings, mal ein MP3 hinterlegt. Und da seht ihr, dass jetzt der Lame-Encoder automatisch voreingestellt ist. 48.000 Hertz. Da könntet ihr jetzt auch beim Export 44.1 nehmen. Das wäre kupfig Sprunge. Channel Stereo, weil es ist ja ein Stereo-File. Und konstante Bitrate empfiehlt sich eigentlich immer bei Podcasts. Auch wenn das andere vielleicht sinnvoller wäre, aber es erhöht einfach die Kompatibilität der Podcatcher. Bitrate 128 ist vielleicht ein bisschen hoch. Gehen wir auf 96 runter. Aber das sind letztendlich dann alles Sachen, wo ihr ein bisschen Abwägung machen müsst zwischen Soundqualität und Dateigröße. Da ich mir aber so viel Mühe gegeben habe mit dem Abmischen, nehme ich die jetzt doch mal auf 128. So, wo legen wir es hin? Ich lege es mal einfach irgendwo auf den Desktop. Weil ich jetzt, glaube ich, hier ein anderer User bin. Muss mal ganz kurz nicht das, was wir nämlich gleich nicht wiederfinden. So, da wollen wir hin. So, und ich benenne das Ganze nicht Filename, sondern das Ganze nennen wir jetzt mal tsb-intro. So, da seht ihr, macht unten hier schon automatisch tsb-intro-mp3 hinten dran. Und jetzt rendere ich einfach mal die Datei. Da seht ihr, das läuft jetzt hier durch. Ist jetzt noch nicht durch Ultraschall Dynamics durchgelaufen. Trotzdem ist das hier wirklich komplett von Hand geklöppelt. Der Ausschlag ist aber ganz okay. Und Reaper sagt mir, render complete. Das nächste, was ihr hier nochmal machen könnt, ist nochmal in die Kapitelmarken reinschauen. Hier ist jetzt die Edit-Marke noch drin. Die könnt ihr auch drin lassen. Normalerweise würde ich immer empfehlen, die während des Editings, sobald ich irgendeine Stelle verarbeitet habe, dann auch die Kapitelmarke zu löschen. Die stört euch hier aber nicht beim Export. Das heißt also, Heiko hat das so clever gemacht, dass er Edit-Marken automatisch rausfiltert und nur die echten Kapitelmarken dann hinterher übrig bleiben. Sieht also soweit gut aus. Völlig neu ist jetzt der Punkt Edit ID3 V2 Metadata. Hier haben wir jetzt einen kleinen Editor, in dem ihr die grundlegenden MP3-Metadaten ablegen könnt. Das Interface hier ist noch nicht so perfekt, wie wir das mittelfristig gerne hätten. Ich denke, zur 3.1 werden wir da nochmal ein bisschen aufbohren. Aber für den ersten Aufschlag ist das, glaube ich, einigermaßen funktionabel. Es tut, was es soll. Das heißt also, der Titel ist jetzt beispielsweise TSB-Intro, Artist, das habe ich selbst gemacht, Ralf Stockmann. Der Album, der Podcast ist Teenager Sex Beichte. Ja, war 2017, glaube ich. Egal. Genre nimmt man traditionell immer Podcast. Komment, wirklich gutes Intro, das leider nur in Mono versendet wurde. Punkt. So, eine kleine Besonderheit seht ihr hier in den Kommentaren, dass ihr nämlich in den ersten Feldern kein Komma nehmen dürft. Das führt im Zweifelsfall im Podcatchern sowieso zu gewissen Problemen, vor allen Dingen aber leider in unserer Routine, die wir hier nutzen. Wie gesagt, das ist ein bisschen ein Provisorium. Die nächste Version wird besser, aber in den ersten fünf Feldern solltet ihr eigentlich sowieso keine Kommas brauchen. Im letzten Comment-Feld, da wo man die eigentliche Beschreibung hinführt, sind Kommas kein Problem. So, das schicke ich jetzt ab. Ich kann auch jederzeit danach, ich kann das einfach mal schließen und danach irgendwann wieder neu aufrufen. Dann seht ihr, die Daten sind alle da. Die gehen also nicht verloren. Ihr könnt auch das Projekt schließen und neu aufmachen und die Daten sind noch wieder da. Soweit ist das, denke ich, ganz robust gebaut. So, spannend ist jetzt der Punkt 4, Podcast Image. Just put a square JPEG, JPEG, or a PNG Image with the same name as your project file, RPP, in the project folder. Nicht selber Name wie das MP3, was wir hier oben produziert haben, sondern es zählt das RPP-File. Gucken wir uns mal hier Open Project Folder an. Dann sehen wir, hier habe ich jetzt also ein Projekt, das habe ich benannt, Intro Teenager Sex Beichte. Und da sind meine Recordings und wenn ich jetzt irgendwo die Kapitelmarken nochmal extrahiert hätte, würden die auch da drin landen. Machen wir einfach Spaß und es halber mal kurz, damit ihr also seht, das ist ja so alles funke nückelt. Chapter Markers have been saved successfully. Das sind die, die ihr beispielsweise dann auch in-off von Nicola and Potluff entsprechend reinladen könnt. Gucken wir mal. So, da sind sie jetzt auch entsprechend. Ja, ihr seht, auch hier wurde jetzt die Edit Marker rausgerendert. Klappt auch. So, wir brauchen jetzt ein Bild. Das habe ich mal auf dem Schreibtisch schon abgelegt. Das nehmen wir hier und speichern es in denselben Ordner rein. Und die zweite Bedingung, die erfüllt sein musste, war, sie muss denselben Namen haben wie das Projekt. Das heißt, ich schnappe mir einfach hier den Namen und benenne mein PNG entsprechend um. Das war's. So. Wenn ihr gucken wollt, ob es geklappt hat, schließt einfach das Fenster und ladet es nochmal neu. Und jetzt seht ihr, er hat ein Bild gefunden. Von der Reihenfolge her guckt er erst nach JPEG, dann JPEG, JPEG und am Ende nach PNGs. Und das, was er quasi als letztes findet, das nimmt er. Das heißt, ein PNG wird lieber genommen als ein JPEG. So, und jetzt können wir sagen, Finalize MP3, denn wir haben alle anderen Komponenten beisammen. Dort wähle ich jetzt das aus, was ich eben gerendert habe, was hier oben auch auf dem Desktop liegt. Ihr seht schon hier, wenn ich jetzt mal Preview mache, das hat zwar den Sound drin, aber keinerlei Metadaten und auch kein Bild. Jetzt wähle ich es aus und sage Open. MP3-File have been updated successfully. Gucken wir mal rein. Und da sehen wir, jawohl, es hat die richtigen Metadaten bekommen, es hat das Bild bekommen, alles schick. Und auch die Kapitelmarken sind drin, die sieht man jetzt nur da in keiner der Software, die ich hier installiert habe. Aber in den Podcatchern taucht es dann hoffentlich auf. Wir haben ein paar Sachen durchgetestet, das sollte klappen. iTunes werden sie nicht angezeigt, VLC werden sie nicht angezeigt. Das sind aber alles Einschränkungen von MP3, beziehungsweise von der Software, dass die einfach die MP3-Chaptermarkers noch nicht lesen, sondern nur MP4. Das haben wir dann hoffentlich mit unserer nächsten 3.1er-Version, dass wir auch MP4, Opus, Ock und so weiter unterstützen. Derzeit jetzt erstmal als erste Amtshandlung nur die MP3s, aber die sind jetzt quasi eigentlich genauso kompatibel wie das, was auch Phonic liefert. Das heißt also, zusammengefasst, wenn ihr den Dynamics-Prozessor nehmt für das Leveling und dann hier unsere neue Metadatenverwaltung, habt ihr danach eigentlich wirklich komplett sendefertige MP3s von eurem Podcast, ohne dass ihr jenseits von Ultraschall noch irgendein anderes Tool brauchen würdet. Auch bei diesem Feature gilt die Regel, ich habe eigentlich hier nur die Buttons gemacht. Derjenige, der da wirklich Woche um Woche um Woche Grundlagenforschung im Bereich Metadaten-Handling von MP3s gemacht hat, ist also der Heiko Panias. Bitte, bitte überschüttet ihn mit Ehrfurcht für dieses Feature. Ich glaube, keiner hat für diese Release so tief im Schlamm gebohrt wie er, das ist wirklich einigermaßen ekelhaft. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, das war ein guter Job, ich hoffe, die Leute werden es dir angemessen danken. Ansonsten habt Spaß damit, produziert schöne MP3s, wenn ihr Fragen habt, wie immer im Ultraschall-Forum-Bereich vom Sendegate abwerfen. Aber ich denke, eigentlich ist die Sache hier relativ selbsterklärend. Tschüss.